Wir haben es ja vorhin schon angegeordnet, man kann damit auch holen springen. Wie hoch geht es denn? Wir müssen ja bei Korte gehen und werden kommen. Vielleicht müssen wir noch Stühle holen und die ein bisschen anbauen. Also, mit solchen kleinen Hülern geht es euch nicht zufrieden. Das ist Olympisch abgestimmt. Also, zwei Meter werden schon fast. Zwei Meter, ja. Also, so gut. Hören Sie das jetzt mal wieder. Also, Daumen, Leute, jetzt geht es in die Hände. Daumen, das ist ein Zühle mal wieder. Die Art zu drehen, sie sagt, soll er stehen. Sei es, wer, dann muss er ruhig können. Wird nicht so, ist nicht so, ist nicht so. Wie sie im Herbst verleihen, durch die Stadt. Wie sie ist nicht so, ist nicht so schön. Wenn er hat die Anrufe zu schürieren, ist nicht so schön, ist nicht so schön. Die Lichter reflektieren, unsere Augen sind zuvor. Der Dunkel ist unten, wir sind verfolgt. Ich bin es bei der Träume hoch zu sein. Es ist ein Stück weit, ich bin es bei der Träume. Ich bin es bei der Träume. Ein Stück weit und schön gelebt und ein Stück weit und Spaß. Kein Kopf, esempio viel zu sein. Ich stehe auf der Träude. Ich hab dabei es Als Sportart haben wir das gehört, man scheidet nicht beim ersten reißen aus auf einer Höhe. Man hat ja wenigstens noch zwei Versuch beorten. Und mit vielen Applaus für das Sportart. 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 Und mit vielen Applaus für das Sportart.